es gibt halt hüllen so die sind einfach so neben das hätte kassel nichts sehen weiß dass ich mache ich doch geradeaus ganze hülle durch oh mein gott mit alter so eine starke attacke jetzt gott haben 31 durchbruch ich liebe sie let's go airtappel du bist auf eine audiospur ich kann es alles ausgarten das ist so eine scheiße irgendwie wäre es lustiger wenn du es drin lässt ich lass es auch drinnen nein bitte nicht doch so ohne kontext auf einmal alter so out of nowhere so ohne irgendjemand irgendeinen grund alter hast eine wichtige attacken die ich brauche extra habe ich schon heuler lügelschlag und thun brot leber brot ich wollte gerade so 30 verschiedene essen aufsagen alter thun brot thun brot thun brot leber tot oder sowas habe ich gesagt ich bin in der erde reingeklimpelt das war ganz warte ich bin in der erde reingeklimpelt das war ganz warte das ganze game sieht scheiße aus dein reifen ist im scheißboden was ist das für ein scheiß game oh ne ist dann ein blitz oh nice und damit zum sponsor des heutigen videos honey mit honey kannst sogar du heute noch geld sparen honey sucht weltweit nach couponcodes und fügt diese direkt zu deinem einkaufen zu damit auch du geld sparen kannst ladet ihr honey heute herunter es funktioniert perfekt ist eine nicht bezahlte werbung das ist eine riesige nebenwirkungen fragen sie einen arzt oder apotheker und 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 Das passt so gut. Das passt so gut, wie er mit seiner fucking Mansion flexet, Alter. Und dann ist der Angeberei, Alter. Fünf Encounter hinten im Spezialraum, du kriegst einen Shiny. Das ist immer so. Das ist der Shiny-Ort. Hier findet irgendwie jeder dritte sein zweites Shiny, Alter. Oder sein erstes Shiny. Ah, okay, okay, okay. Ja, 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 ja. Nicht auf Anhieb, nicht auf Anhieb. Gewitsch dich. Das ist halt nicht okay. Das ist halt nicht okay. Ich dachte, die Dinger kannst du doch eigentlich nur runterfahren, oder nicht? Wenn du Anlauf nimmst, kannst du hochfahren. Ach, genau, so war das. Aber jetzt brauchst du nicht mehr Anlauf. Einfach nur was zur verfickten Hölle. Dusch, 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 dusch. Top-Eater. Dieses Game ist so scheiße. Das war damals richtig schwer. Du musstest halt Anlauf nehmen, um da hochzufahren damals. Ja, und dann musstest du das richtig verkacken im richtigen Moment. Ja, und jetzt drück ich einfach B. Und das fährt. Fertig. Das war damals so schwer, Alter, da hochzukommen, oder in die Lücke da rein. Das war nicht wirklich schwer, aber es war einfach nervig. Ich hab damals eine halbe Stunde dafür gebraucht. Siehst du? Siehst du? Das mit Anlauf kannst du nicht fehlen. Das war damals so scheiße schwer, das zu machen. Und jetzt hier, ich drück einmal B. Warte kurz. Einmal gedruckt. Ich hab einmal nach rechts gedruckt. Links, meint ich. Wow. Ich drück einmal. Ich drück einmal. Siehst du, wie weit er fährt, er fährt es zweimal. Was alles behindert macht, leider. Es ist halt so lame. Ich drück einmal. Oh mein Gott. Die haben das Game so ruiniert. Die haben es so kaputt gemacht. Die, die machen ja auch Diamant. Wieso machen die einen Platin? Ja. Das habe ich jetzt LPM. Stell dir vor, das wäre jetzt was anderes gewesen so. So ein Feuerheiler. Schnell raus hier. Die ändern alles, aber die ändern nicht die Kack-Animation. Aber über die Eiseninsel möchte ich ein richtiges Video machen. Weil die sind noch auf mein Level in etwa. Die sind noch cool. Gut. Das ist auch wieder eine Special-Aufnahme. Ich habe zwei. Ich habe zwei Stunden jetzt. Einfach die Welt erkunden bloß. Ich bin schon hier. Ein Monat nach der ruhigen Aufnahme. Ich konnte vergessen, dass ich da keine Abbot gemacht habe. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.